Ja Hallihallo und herzlich willkommen zurück bei Alex Kitt in Miracle World. Wir sind hier in der Festung vom Oberbösen und schauen wir mal. Jenkins Festung und ich habe keinen Schuss mehr, aber ich könnte fliegen. Ich könnte fliegen. Soll ich meinen Nimbus 2000 aktivieren? Okay, war das der erste Gegner? Oder nur von hinten? Ah, von hinten geht er. Na dann, kommt man da, ja. Oh, wer schießt da auf mich? Ah, da wird es jetzt ordentlich fies. Aha, das geht. Na gut, dann hört die auch auf. Das ist mal gut. Die kann man nicht zerstören. Da wird es schon schwerer. Da ist sogar schon Hand jetzt. Okay. Ah, du bist doch ein Fiesling. Aber das kann ich auch. Was du kannst, kann ich auch. So, schieß nochmal. Schieß nach oben. Aha, das war gut. Taktisch wieder unvorstellbar gut gespielt. Das war Glück. Aber ich finde, die Speicherpunkte, das ist so human. Muss man wirklich sagen. Also fast bei jedem zweiten Gegner dann immer ist das schon dann, ist das schon eine Speicherung. So, da oben, da könnte ich mir jetzt mal ein bisschen was holen. Gibt es ein bisschen was? Ja, kann man machen. Aha, Schuss wäre da jetzt gut. So ein klasse Durchschuss. So, das war gut, war nicht so schlecht. Hat du da oben? Ah, das war jetzt okay. Da ist schon ein bisschen mehr los. So, wo ist der Speicherpunkt? Ja, eh human, wie ich gesagt habe. Bin ich schon wieder da? So, dann. Ah, da. Okay, weil der da oben auch ist, ja. Das ist halt, ja, natürlich. Viele Köche verderben den Brei, kann man da auch sagen, ja. In dem Fall, viele Gegner auf einmal töten dich schneller. So. Ach Gott, manchmal, ich glaube immer. Ich glaube einfach nur immer. Okay. Bob. Bob hat es gemacht. So, Wham. Eine Band, eine ehemalige Wham. Vielleicht kommt noch U2 oder sowas, ich habe keine Ahnung. Das war einmal Wham. Ja, ja, jetzt habe ich kurz eine Ablebensserie, eine ordentliche. Aber warum nicht? Kann man mal haben. Also man merkt hier schon, es ist ein bisschen, es zieht schon ein bisschen an hier. Ich glaube, ich muss mir da oben den zuerst einmal holen, weil sonst... Nein, komm, bitte. Warum? Also da darfst du nicht mal... Sobald du den berührst, ist es vorbei. Sobald du den berührst. So, jetzt du. Aber, oder soll ich... Ach was. Ach, jetzt ist der wieder. Was da los ist? Okay, gut. Okay. Langsam, nur auf Sicherheit oder einfach, ja, Augenzug durch. Okay, jetzt haben wir das zumindest einmal. So, ich mache mal, wenn der geschossen hat. Jetzt. Habt ihr den Flug gesehen von mir? So, schieß nochmal. Und jetzt. Bunch, Bunch. Habt ihr das gesehen? Was für ein Bunch. So, und da rauf. Puh. Aber genau auf ihn. Ist das normal? Genau auf den falle ich drauf. Geht. Ja, es hilft auch nichts, ne? Wenn ich hinter dir bin. So. Puh, hu, hu. Da komme ich so und so nicht drauf. Das kann ich gar nicht erst probieren. Was ich mit den Filmen gelb mache? Das kann ich gar nicht. Das kann ich ja niemals ausgeben, ne? Wie will man das ausgeben? Jemals. In einem Leben geht sich das ja gar nicht aus. So, uh, uh, Hamburger. Passt. Gut. Wieder was. So. Ein bisschen besser hersetzen. So, immer noch in Jenkins Schloss natürlich. So schnell haben wir das nicht erledigt. Das ist egal. So, Zugbrücke. Schauen wir da mal rein. Jetzt sind wir im Inneren. Ähm, wo, 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 das wollte ich ja gar nicht, oder? Das wollte ich, ich wollte da ja gar nicht noch komplett runterfallen, aber okay. Zumindest gibt es ja keinen Fallschaden, wollte ich gerade sagen. Aber in dem Fall gab es schon einen Fallschaden. Ähm, ja. Gut, ich bin schon eigentlich schade drum. Ich wollte eigentlich, ist da oben was Wichtiges? Ja, das hole ich mir aber schauen, als es geht. Was geht da irgendwie? Warum nicht? Aber schade, dass ich da runtergefallen bin. So, dann, jo. Mal da mal runter. Und so, und so, und so. Da geht es eh nur so weiter. Jetzt ist er nicht gesprungen. Jetzt habe ich auf Springen gedrückt, die hat nicht funktioniert. Ah, das wäre vorher gut gewesen. Wenn ich die, wenn ich in Nimbus 2000 verwendet hätte, da beim Runtergleiten, da hätte ich alles in Ruhe mir holen können. Gut, da muss ich eh so. Sonst kann ich da nicht... Ah, okay. Ah, da geht es aber so wieder, oder? Mit meinem Trick da. Ah, da wäre ich dann in dem anderen Schloss auch durchgekommen, ne? Da bin ich ja das erste Mal nicht durchgekommen. Aber mit dem Trick geht es, ne? So durch, durch... Glitschen ist ja nicht glitschen eigentlich, aber... Ihr wisst schon, was ich meine. Das geht, das geht. So, ähm, da oben war ich ja eigentlich... Oh, ja, da bin ich gekommen, mein Blödsinn. Das baut sich alles wieder auf. Ich könnte da runter oder da rüber. Da geht es auch weiter. Soll ich... Soll ich gleich da mal runter, die erste gleich einmal? Hm, ist jetzt schwer. Ich gehe einmal oben weiter. Ha, hallo? Ich gehe einmal oben weiter. Da geht es übrigens... Also, wo da bin ich gekommen, oder? Ja, ja. Verwirrend, verwirrend heißt... Okay, ich muss dann da runter. Das muss ich mal merken. Das muss ich mal merken. Weil da hinten, wie gesagt, geht es auch. Ist das notwendig, dass ich das zerstöre? Alles meine ich. Glaub nicht. Da ist nur Geld. Und das nicht viel. Wir Millionäre, wir brauchen sich da übrigens zehn so... ...drümer da nichts antun. So, da drüben geht es auch weiter. Also, da sind viele Wege wieder. Das eine müsste man sich da auf jeden Fall merken. Ich weiß euch jetzt nicht, was der Hauptweg ist. Das ist dumm, eigentlich. Uff, das war jetzt Glück. Das war... Weiß ich nicht. Wo geht es da eigentlich hin dann? Da geht es unten auch weiter. Boah, da merke ich mir gar nicht alles. So, da falle ich runter, wenn ich da jetzt... Okay. Habe ich Gott sei Dank noch rechtzeitig gesehen. Gehen wir da mal rauf wieder. Ah, okay. Das war nur die... Alles klar. Das war die Verbindung da. Wo ich ursprünglich gesagt habe, da kam er auch noch runter. Okay. Dann... ...geht es aber in die andere Richtung auch noch. Ich schaue nochmal kurz. Da unten geht es dann auch noch weiter. Nach rechts. Soll ich zuerst nach rechts da unten gehen? Ich weiß nicht, wo ich zuerst hingehen soll. Ich gehe zuerst nach unten da. Da komme ich ja gar nicht hin, oder? Komme ich da? Oh ja, geht. So, schauen wir mal, wo es da hingeht. Ist das schon Bosskampf da? Okay, ich warte so langsam. Nice, ja. Ja, ich habe es nicht gewusst. Diese Giftsuppe da. Ah. Okay, da muss ich schnell sein einfach mal. Sag mal... Sag mal... Das ist ja nur so ein Geheimraum, oder was? Oder? Da geht es auch noch immer weiter. Sag mal, es ist ja Wahnsinn da, ne? Oder gibt es irgendetwas wichtiges Item, was wir brauchen? Ich habe keine Ahnung. Oh, Frosch. Bansch. So, aufpassen da jetzt. Da oben. Ähm. Wo komme ich da oben eigentlich hin? Also, wie komme ich da hin? Also, das ist jetzt wirklich... Ziemlich... Ziemlich spannend. Hm. Kann man da eigentlich... Jetzt probiere ich das nochmal. Ah, da... Okay. Ja, 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 ja. Ist mir schon klar. Aber mit meinen Skills komme ich ja da so durch, oder? Das haben wir schon. Ja, genau. Und jetzt... Genau. So wollte ich das. Weil ich cool bin. Weil ich es kann, ne? Ob das jetzt richtig ist, oder ob das ein Fehler ist. Ich mache mir meine eigenen Bugs. Zu Hilfe, ne? Das sind dann die Love Bugs. Andere sagen auch Marienkäfer dazu. So, genau. Hat funktioniert, ne? Also, da muss jetzt dann was Supers geben dafür, oder? Da muss dann ganz was Tolles geben dafür. Ich schaue gleich. Ich mache es mir spannend. So, was gibt es da? Na, okay, komm, oder? Das ist aber fies, oder? Also, wegen dem bin ich da. Gut. Okay, na gut. Weiß ich, da gehe ich nicht mehr rein? Dann weiß ich, da gehe ich nicht mehr rein. Uh, das war knapp. Dann schauen wir da mal rauf. Ja, super, ne? Wie soll ich? Ah, okay. Ich muss da, glaube ich, so. Und dann muss ich... Ja, 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 ja. Alles klar. Ich weiß, was das Spiel von mir will. Aber es gefällt mir da irgendwie. Das ist ein bisschen... Ein bisschen mehr Geschicklichkeit, sage ich mal. Am Anfang, das war fast schon wirklich zu leicht, ne? Ich meine, ich will da jetzt nicht... ...in Poolen rauslassen, aber... Jetzt komme ich da wahrscheinlich hin, wo ich vorgedacht habe. Oder? Ist das... Moment, ich schaue noch. Ja, genau. In diesem geheimen Bereich. Genau. Mehr war da, ist sonst nicht, glaube ich. Da sieht man nichts von diesem... ...Dings da. So, wir haben 12 Minuten schon wieder. Gut, dann schauen wir da... Okay, das wird jetzt lustig. Also da muss ich eigentlich... Zahlt sich das aus, dass ich da mein Leben... ...riskiere? Eigentlich schon, weil ich habe Ewigs. Das, was wert, aber den kriege ich jetzt nicht mehr, oder? Kriege ich den jetzt nicht mehr, ne? Jetzt ist es resetet wieder, ne? Wie soll es das bitte? Wie soll man das... Ah, nein, das wollte ich jetzt nicht. Aber bitte, wie soll man das kriegen? Man kann doch unmöglich da rauf springen und wieder zurück. Also ich zumindest nicht. Ach Gott, ich bin zu dem... Ich schaffe es nicht einmal, dass ich da rauf springe, auf das Fragezeichen, ne? So, und das ist es. Springst du drauf? Oder? Nein, es war wieder viel zu weit, ne? Das darf doch nicht wahr sein, oder? Die einfachsten Sachen, ne? Sag mal... Das sitzt, das ist das Schwere dran. Ich bin nicht... Wo bin ich da überhaupt? Ist das überhaupt richtig, was ich da mache? Wo geht es da überhaupt hin? Okay, das... ...geht runter. Bleibt das jetzt so stehen? Und, ja, das war jetzt besser. So, hallo? Du sollst nicht... So. Da komme ich eh nicht weiter. Muss ich da gehen. Okay, wie es aussieht. Ich habe keine Ahnung. Ist das richtig? Ist das falsch, oder? I don't know. Du sollst... Nicht so... Das ist so unvorstellbar, ne? Du soll... Das ist doch... Also... Manchmal... Hallo? Das ist schlimm. Das ist wirklich schlimm. So. Und da. Und so. Wenn ich jetzt mal runtergefallen wäre, dann... So, und bitte. Wie soll man da hinkommen? Hä? Was? Okay. Da geht es weiter. Da geht es weiter. Ja, da könnte ich mir das Geld holen, aber... Ist das wert? Ist das wert? Nein, da komme ich ja gar nicht... Hä? Ja, ich könnte hinten... Ja, ich könnte eines machen. Geweißt du was? Ich habe eine Idee. Für was habe ich denn den Vogel? Für was habe ich es denn? Wieso mache ich mir das Leben selber schwer? Wenn ich es schon habe. Ah, okay. Ach Gott, das hat mir nur eine gewisse Zeit. Aber egal, ich habe mir es geholt. Man ist immer wieder da, aber... Das ist ja nur eine Zeit... Eine Zeit lang da. Okay, gut. Sei es, wie es sei. So, komm. Und? Gut. Was jetzt? Ich überlege gerade. Ich lasse mich mal so fallen. Dann drauf. Und lasse ich mich so. Da unten. Das hole ich mal. Das hole ich mal. Ah, warum habe ich mir es geholt? Warum habe ich mir es geholt? Schnell weg hier. Ah, hallo. Ah, ist das... Was? Hallo, ich... Wie? Ah, da ist ein Fisch. Ein Fisch-Symbol sehe ich gerade. Vielleicht muss man das treffen. Ja. Was? Hallo? Noch eins? Muss man da öfter... Wie? Was? Bitte? Wie... Okay, zweimal. Zweimal muss ich... Oh. Alles klar. Alles klar. So, okay. Ich dachte schon, das wäre Sackgasse. Das wäre dann katastrophal gewesen. Aber jetzt weiß ich nicht. Die andere Richtung, die habe ich dann gar nicht gemacht eigentlich. Wäre da noch was Wichtiges gelegen? Also, diese Sprünge, ne? Und genau das habe ich gemeint. Das ist so, wie wenn du auf Eis wärst. Das ist so sensibel eingestellt. Wenn es da ein bisschen... Ja, ich habe mir zumindest einmal... Jetzt muss ich nochmal das Ganze machen. Ja, das ist Wahnsinn. Also, diese Steuerung... Die Steuerung ist, ich sage einmal, eher... Das ist vielleicht ein bisschen Kritik... Ja, ein Kritikpunkt. Also, das... Ich weiß nicht. Geht es da nur mir so, oder? Sollte das Spiel wirklich wer sehen... Dann schreibt es mir bitte in die Kommentare. Ist das nur... Wahrscheinlich schreibt es nur bei dir so, ne? So, was ist da jetzt? Gut, okay. Da habe ich jetzt eine Leiter gemacht. Okay, kann ich da jetzt drauf? Nein, kann ich nicht. Okay, jetzt wird es interessant. Hä? Wie soll ich da... Wie soll ich da... Okay, da kann ich auch nicht. Okay, jetzt bin ich eingesperrt. Okay. Also, ich brauche die Leiter, ist mir schon klar. Aber... Wie soll ich da trotzdem... Wie komme ich da rüber? Ja, sie bringt mich nur wieder rauf, aber... Nein. Steht gerade an. Jetzt stehe ich gerade an. Aber das muss ich für irgendwas... Ah, Moment. Ach Gott. Noch einmal. Ich muss gleich rüber, oder? Ja. Oder? Ja, ich glaube, das war so. Einfach gleich rüber. So, was ist da jetzt? Okay. Naja, ich will das nicht, ne? So. Bitte, wie riesig ist das alles hier? Was? Ah, jetzt bin ich wieder am Anfang. Was? Jetzt bin ich im... Ah, jetzt bin ich da hier rüben. Jetzt bin ich da im Wasser. Da war ich hier schon einmal. Aber da unten vorher. Alles klar, okay. Dann bin ich eh richtig. Wie sah es? Ich hoffe, ich. Hoffe ich zumindest. Vielleicht kann man es eh nicht falsch machen. Aber momentan schaut es schon ein bisschen verwirrend aus, das Ganze. Oh mein Gott. Ah, da ist eine... Oder irgendwas Wichtiges auf jeden Fall. Oh Gott, wie soll ich denn da... Bitte was? Wie soll ich denn da durchkommen? Josch... Was? Äh... Gut, solange ich noch... Nein. Beim Schwimmen ist das doch urschwer. Aber ur-urschwer. Kann ich da irgendwas... Nein. Kann ich nichts machen. Das treibt mich ja sofort wieder nach oben. Wie soll denn da durchkommen? Was? Ich kann ja gar nicht ruhig halten. Wie soll ich denn da... Hä? Also das ist jetzt ein bisschen... Un-un-unlogisch. Kann man die zerstören? Kann man die auch nicht? Hä? Wie soll ich denn da bitte um Himmels her, Gott's Wille? Geht das so leichter? Geht es so leichter? Auch nicht wirklich, oder? Ich dachte, vielleicht geht es in der Alt-Version leichter. Aber... Aber... Nicht ein bisschen. Sag mal... Wie soll ich denn da durchkommen? Gibt es da einen Trick? Man kann doch das unmöglich... So steuern. Da ist bei jeder feinen Berührung... Ist das aus? Das kann man doch unmöglich... Okay, man kann maximal... Aber jetzt ist es vorbei. Wie habe ich das jetzt gemacht? Wie habe ich das jetzt gemacht? So was ist, schauen wir mal. Ich weiß nicht, wie ich das jetzt gemacht habe. Aber ich glaube, Gott ist mir kurz beigestanden. Ich weiß nicht. Ich habe keine Ahnung. Alex liebt es, Schlittschuh zu fahren. Wenn er nicht gerade auf einem... Was? Einem seiner unerschockenden Abenteuer ist. Okay. Gut. Ja, dann... Ja, gut. So, da oben geht es glaube ich... Oh Gott, das ist Wahnsinn, ne? Jetzt sind wir da... Wo muss ich hin? Okay, gibt da gerne hin. Da unten den einen Weg. Da oben könnte ich, aber da ist nur... Nur unter Anführungszeichen. Ach, das ist so super wieder, ne? Aber brauche ich ja gar nicht, oder? Das Freileben brauche ich ja gar nicht. Für was? Das war wieder dämlich, ne? Nein, das Freileben brauche ich mir gar nicht holen. Dann haben wir schon wieder 21 Minuten. Also, jetzt reicht es dann wirklich. Ich warte lieber nochmal, so. Und jetzt. Gut. Sind wir jetzt bald irgendwann einmal fertig mit dem Ganzen? Hallo? Das war jetzt gemein. Ist das... Noch schneller? Muss ich noch schneller sein? So, nochmal. Und gleich, ich laufe sofort weg. Ja, boah, da musst du sofort weglaufen, ne? So. Das ist was Neues. Da waren wir noch nicht. Okay, jetzt sind wir. Da? Da? Du sollst... Keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, wo ich da bin und was ich mache und überhaupt... Okay, ich muss da von oben drüber. Also, ein riesiges Schloss, ne? Ist ja schlimmer als der Cash is Castle. Kennt das noch wer? Der Cash is Castle. Also, manchmal sehnt auf mich keiner. Also, das ist einfach nur dämlich. So. Boom. So, ich gehe mal unten. Ja, ist ja gar nicht egal, oder? Da geht es dann weiter, ist mir schon klar. Und war da oben... Ah, da war was Wichtiges, glaube ich, oder? Oder? Oder was Wichtiges, Unwichtiges? Was ist denn das da gewesen? Ich... Was... Was... Ah, das ist was Wichtiges. Das hat doch irgendwas jetzt... Ausgelöst, oder? Oder? Doch nicht, oder? Ich habe keine Ahnung. Jetzt habe ich es hundertmal gedrückt. Jetzt weiß ich wieder nicht, ob ich es ein- oder ausgeschaltet habe. Oder aktiviert oder deaktiviert. Ich weiß es nicht. So. Ja, das ist jetzt ein bisschen dumm. Ich komme jetzt nämlich von der falschen Seite, meiner Meinung nach. Ist besser, wenn ich so komme. Ähm, genau. Weil dann kommen die da weiter. Also, allerdings, das ist jetzt schon gemein. Weil über zwei komme ich nicht drüber. Da ist... Ah, der Frosch auch noch. Also, das ist jetzt... Moment. Wie soll ich denn da bitte? Ist ja gar nicht egal, wie ich es mache. Da sind immer zwei beieinander dann. Ich komme da nicht drüber. Oder? Muss ich da wirklich einmal zwischendrin hupfen? Nein, oder? Ah, ich habe noch eine Idee. Ich habe noch eine Idee. Machen wir es gleich anders. Nein, es bringt aber auch nichts. Nein. Es geht... Aha. Bitte, wie soll ich denn da... Und da oben ist auch noch einer? Nein. Also, das war jetzt komplett... Komplette. Hallo, du sollst nicht. Ja, so. So in etwa. Aber jetzt habe ich nicht... Nein, jetzt habe ich den... Nein, nein. Nein, nein, ich... Ah. Mann, wie soll ich denn denn... Also, das wird jetzt schwer. Das ist jetzt fast unmöglich. Ah, ich hätte einen zumindest einmal. Puh, das wird jetzt eine immense Herausforderung. Kann ich da irgendeinen... Ja, einen kann ich... Ah, okay. Oh ja, ich kann da schon, weil ich höher springen kann. So kann ich es machen. Ich habe noch eine Idee, okay. Ich muss einmal zuerst... Ach, das wollte ich jetzt... Ach, das war jetzt falsch. Das war jetzt falsch. Ich muss einmal den einen einmal zuerst rüberholen. So, wenn die zwei zurückgehen... So, und den jetzt. Jetzt komme ich mal über den drüber. Und jetzt kann ich da höher... Höher, schneller weiter. Hallo, du sollst... Und jetzt schnell da. So, jetzt bin ich mal... Aber wie soll ich denn da, bitte? Wie soll man denn da drüber kommen? Geht sich der Sprung aus? Beim Randhupfen kann ich da nicht. Okay, es geht sich aus. Boah, Gott sei Dank. So, da haben wir jetzt... Boah, das war jetzt hätte ich nicht geglaubt. So, da haben wir jetzt wieder zwei. Da haben wir jetzt... Okay, das wäre ja der richtige Weg. Das war eine Sackgasse. Da wäre ich genau auf den Frosch drauf. Boah. Okay, jetzt sind wir da, wo die lange Leiter war vorher. Wir sind hier richtig. Wir sind richtig. So, schnell weiter hier. Wir sind beim Boss. Endlich treffen wir aufeinander, Alex. Cschenken, der Große. Ich werde dir niemals verzeihen, was du den Dorfbewohnern und dem Rest des Königreichs angetan hast. Ha, ha, ha. Ich habe schon viel über dich gehört. Man sagt, du hast meine drei Kommandanten besiegt. Ja, habe ich. Sogar meine rechte Hand. Papplin, den mächtigsten Kommandanten, konntest du bezwingen. Ja, weil ich gut bin. Mein Training hat für sie locker ausgereicht. Genug. Du hast zu viele Probleme, früher sagt. Das neue Zeitalter von Schenken dem Großen steht vor der Tür. Und du bist nur ein kleiner Stein, der einen Weg liegt. Na dann, zeig, was du kannst. Ich werde niemals zulassen, dass jemand wie du die Macht ergreift. Ich werde dich besiegen und Radaxian den Frieden zurückbringen. Ha, 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 bring mich nicht zum Lachen. Im Vergleich zu mir bist du nichts. Du wirst für deine Untaten bezahlen. Okay, jetzt einmal so wahrscheinlich. So dann, na was jetzt? Was willst du? Dann machen wir es so. Ach, wenn das nur bei dem bliebe, ne? Wenn das nur bei Schere, Stein, Papier bliebe. Aber das ist leider Gottes nicht so. Das ist nur der Vorkampf. Na dann, ja. Hast du wieder verloren. So. Und jetzt kommt der eigentliche Kampf. Allerdings haben wir schon 28 Minuten. Ist ja nicht klar, dass all deine Bemühungen völlig umsonst sind. Ich werde dich ein für alle Mal erledigen. Na dann, zeig mal, was du kannst. Oh. Oh, das ist halt nicht. Oh, das ist schon. Das ist schon brutalst. Puh, das wird, okay, das wird. Das wird was. Das war jetzt ganz. Okay, das kann jetzt dauern. Ich bin mal kurz ein bisschen ruhig. Concentration. Bringt mir zwar auch nichts, aber. Ach, ich mach's immer falsch. Der fangt ja immer mit dem an. Vorher ist es besser gegangen. Na, der macht einen. Genau. Wow. Okay. Was? Ich hab ihn. Ich hab ihn. Chang, der große Trophäe halten. Gold. Ich hab ihn. Ich hab. Ich hab. Ja. Ja. Das war eigentlich der leichteste. Aber so. Wow. Okay. Na gut. Dann, ja. Hey. Sag mal. Prinzesschen. Prinz. Hey. Danke, dass du mich gerettet hast. Egle. Ich hatte solche Angst. Aber. Du siehst irgendwie ein bisschen anders aus. Ich bin Alex. Ich bin Alex. Egles Bruder. Und ich bin hier, um dich zu retten. Alex? Was für eine Freude, dich kennenzulernen. Du bist mir sowieso lieber wie Igel. Komm. Ich will ein Leben mit dir. Tut mir leid. Aber ich habe nicht viel Zeit. Ich muss auch meine Mutter finden. Keine Sorge. Die Königin ist in guten Händen. Gott sei Dank. In diesem Fall werde ich mich auf die Suche nach der Krone machen. Okay. Wir sind immer noch fertig. Wir legen Raxians Schicksal in deine Hände, Alex. Komm heil zurück. Wir wollen dich nicht wieder verlieren. Danke für den Hamburger. Okay. Gut. Dann haben wir das auch erledigt. Genau mit einer halben Stunde. Und wir sind im Gregsee. Wir sind im Gregsee. Und da werden wir jetzt mal ordentlich baden. Und uns ein bisschen Stone machen. Genau. Im Gregsee. Und ja. Diesen wunderschönen Ambiente. Werde ich mal Danke sagen. Das nächste Mal geht es dann munter weiter hier. Und ja. Ich weiß nicht, wie lange das noch geht, das Spielchen. Aber ich glaube schon, schätze mal so zwei Drittel werden wir es schon haben bald. Vorher dachte ich schon, wir sind schon im Endgame. Aber anscheinend doch nicht. Gut. Dann macht es gut. Und das nächste Mal geht es dann weiter. Ja. Wenn es wieder heißt. Alex geht. Genau. Auf der Pläse 5. Also macht es gut. Und ciao. Ciao.